Das heißt ja, wir können dann hier lang und die da noch abmuxen. Komm, holen wir uns die Dinger zurück. Wünsche, nur man könnte sie sortieren. Hier ist auch nichts mehr, gell? Nein. Auf meinem Befehl. Schnell. Hier. Zum Angreif. Verstärkt die Deckung. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. Schlagt sie zurück. Sie sind überall. Hauen wir mal ein paar Skills raus, dann geht das ein bisschen schneller. Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. So. Schlagt sie zurück. Feindlicher Angriff. Halte durch, Männer. Mehr Zaubern im Abwechslung. Feuerball. Verstärkt die Deckung. Dunkle Fluch dazwischen. Keine Ahnung, was das bringt. Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. Sie sind überall. Schließt die Reihen. Auf jeden Fall werden wir die Gegner so los. Schließt die Reihen. Feindlicher Angriff. Schließt die Reihen. Verstärkt die Deckung. Allgemein haben wir uns genau den richtigen Zeitpunkt zum Zurückkehren ausgesucht. Verstärkt die Deckung. Haltet durch, Männer. Halte durch, Männer. Sie sind überall. Und ja, Isgrim ist ein Zirkelmagier gewesen. Der einzige Zwerg der Zirkelmagier. Ja. Und der wurde ja jetzt auch von Hukanashir wieder erweckt. Und los. Deswegen ist auch jetzt Gurim und die Drachen wieder auferstanden. Der Kampf hier wird etwas ungebütlich. Ich glaube, der Kampf gegen die Drachen geht nur einigermaßen. Es sind ja nur einzelne Drachen. Auf meinem Befehl. Vorwärts. Sofort. Sofort. Mir nach. Sie sind überall. Und los. Zur Ehre, Männer. Zu Befehl. Vorwärts, Krieger. Schlagt sie zurück. Zeit zu sterben. Feindlicher Angriff. Oh, er geht einigermaßen. Schlagt sie zurück. Halte durch, Männer. So, jetzt sollte er noch besser gehen. Hier. Mir nach. Und los. Und los. Ja, Schia haben wir besiegt. Oh, da ist noch schnell. Eine Gruppe und so. Vorwärts. Verstärkst du meinen Griff. Oh, angeführt von dem Pretoria, ne? Zu Befehl. Au. Haltet durch, Männer. Haltet durch, Männer. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Auf mein Zeichen. Zum Angriff. Schnell. Und los. Schließ die Reihen. Ja. In die Schlacht. Feindlicher Angriff. Alles klar. Hier sind schon viele Untote wieder aufgetaucht, muss man es sagen. Zu Befehl. Feindlicher Angriff. Stehe bereit. Auf mein Kommando. Morias, was treibst du da? Stehe bereit. Wird sofort ausgeführt. Auf mein Kommando. Mir nach. Und los. Folgt mir. Sofort. Schnell. Sofort. Die Rune ruft. Zu Befehl. Auf mein Zeichen. Und los. In die Schlacht. Feindlicher Angriff. Haltet durch, Männer. Schlagt sie zurück. Schlagt sie zurück. Schließt die rein. Die Rune ruft. Halte durch, Männer. So. Das ist etwas besser. Feindlicher Angriff. Sie sind überall. Schlagt sie zurück. Auf mein Kommando. Feindlicher Angriff. Schlagt sie zurück. Schlagt sie zurück. Okay, ich gebe zu. Die Praetorianer sind verdammt stark. Schließt die Reihen. Verstärkt die Deckung. Feindlicher Angriff. Feindlicher Angriff. Stehe bereit. Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. Hoffentlich kriegen wir den Praetorianer daumen. Sie sind überall. Schließt die Reihen. Gut, wir haben den Praetorianer. Und damit das Schild. Verstärkt die Deckung. Schließt die Reihen. Schlagt sie zurück. Hier ist der Herzdieb, das Heftige. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. Ja, vorwärts. In die Schlacht. Schlagt sie zurück. Schlagt sie zurück. So, dann mal. Feindlicher Angriff. Auf mein Zeichen. Zum Angriff. So, kriegen wir wenigstens auch ein paar Erfahrungspunkte noch. Schließt die Reihen. Feindlicher Angriff. Haltet durch, Männer. Wie gesagt, meine Truppe ist eigentlich jetzt gerade schon an der Grenze, was das Gebirge und die Sache hier angeht. Auf meinen Befehl. Also ich bräuchte auf jeden Fall einen Satz für den einen Schützen. Mir nach. Auf mein Kommando. In die Schlacht. Zu Befehl, Verzüglich. Verstanden. Für das Licht. Verstärkt die Deckung. Wird sofort ausgeführt. Okay, hier versteinert einer. Feindlicher Angriff. Feindlicher Angriff. Stehe bereit. Auf dem Weg. Schlagt sie zurück. Feindlicher Angriff. Schließt die Reihen. Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. Auf mein Zeichen die Freiheit. Okay, das heißt, wir versuchen erst einmal. Auf meinem Befehl. Haltet durch, Männer. Schwächere Gegner loszuwerden. Verstärkt die Deckung. Bereit. Zur Ehre. Sie sind überall. Okay, eigentlich müssten wir dem Bandsch-Starrer wohl loswerden, weil der versteinert. Ja, Andy flacht. Fließt die Reihen. Feindlicher Angriff. Was wünscht die Rune? Auf dem Weg. Alles klar. Schlagt sie zurück. Schließt die Reihen. Ja, sofort. Zur Ehre. Schlagt sie zurück. Schlagt sie zurück. Bitte töten. Sie sind überall. So, jetzt den Chef hier und dann bringen wir es zu Ende. Den Herz super. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung. Sie sind überall. Wird relativ klar, aber man geht nur gerade so. Auf meinem Befehl. Für die Freiheit. Schlaft sie zurück. So, jetzt der Herz-Team weg. Was ein bisschen dauern könnte, weil er heilt sich ja ständig, indem er da der Urias das Zeug entzieht. Falsche Skill. Verstärkt die Deckung. Auf mein Kommando. Folgt mir. Ja. Sofort. Mir nach. Vorwärts. Vorwärts. Folgt mir. Vorwärts. Jetzt die hier noch. Zum Glück regeneriert sie ziemlich schnell Mana. Schnell. Och, noch ein Bandschdarrer. Ja. Und los. Folgt mir. Feiert sich durch. Verstärkt die Deckung. Schließt die Reihen. Schließt die Reihen. Feindlicher Angriff. Feindlicher Angriff. Haltet durch, Männer. Ja. Bringen wir es zu Ende. Verstärkt die Deckung. Kämpft. Okay, erst muss der Bandschdarrer wieder weg. Feindlicher Angriff. Halte durch, Männer. So, jetzt wird es hier ungewöhnlich. So, ich habe wie Urias. Durch, Männer. Schlagt sie zurück. Ein bisschen als, ähm. Sie sind überall. Okay, nicht gut. Sie sind überall. Auf meinem Befehl. Zur Ehre, Aronius. Feindlicher Angriff. Ich muss gucken, dass ich den Bandschdarrer loswerde. Auf mein Kommando. Okay, Rückzug. Folgt mir. Gut, jetzt sind zum Glück noch die drei Bogenmeister und der Praetorianer. Ich glaube, wenn ich jetzt Urias heile, dann rennt er gleich wieder weg. Zu Befehl. Zu Befehl. Ja. Vorwärts. Sofort. Na, er kann sich gerade nicht entscheiden. Ja, wir haben nicht mehr Fehler, sind wir Level 37. Dann könnten wir theoretisch mal wirklich nach Ruhen gucken gehen. Dann. Ja. Dann. Dann.